Ob wir das Herz ihres Sohnes einem anderen Mann geben dürften. Als Laie werden Sie so eine Frage in dieser Situation vielleicht schockierend finden. Aber sehr oft hat sie fast eine lindernde Wirkung. Dann wird doch etwas vom Kind lebendig bleiben. Sie waren einverstanden. Und nachdem die Eltern die Einwilligung unterzeichnet hatten? Wies sich Dr. Errett an, eine mögliche Herzverpflanzung vorzubereiten. Dann, merken Sie sich das Wort, eine mögliche. Polanski lebte noch. Und man kämpfte um sein Leben. Dann ging ich zu Hollis Todd. Haben Sie ihn bereits gekannt? Wie ihn zweifellos bekannt sein wird, war er mehrere Male unser Patient nach seinem ersten Herzinfarkt vor drei Jahren. Ja, ich kannte ihn und ich mochte ihn. Er war kein gewöhnlicher, reicher. Keine bloße Anhäufung von Besitz und Besitzgier. Er war intensiv lebendig. Er liebte das Leben und begriff es in jeder Form. Als ich ihm erklärte, wir hätten ein Herz für ihn, fragte er etwas sehr Charakteristisches. Habt ihr niemand anderen? Können? So? Du bist.